Hast du sie schon mal gelesen? Ja. Ist der Preis zu teuer? Nein. Ist es ausreichend, oder soll es so bleiben, wie es ist? Es soll bleiben, wie es ist. Ja, ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich finde, das ist eine gute Idee. Danke. Also sehr schön. Sollte es vielleicht etwas mehr sein, oder passt es so? Also ich finde es ziemlich okay. Findest du den Preis in Ordnung, oder ist das ein bisschen zu viel? Also ich finde ihn schon ziemlich in Ordnung. Teurer soll er nicht werden, billiger soll er nicht werden. Ich finde es gut. Ganz okay bis jetzt. Hast du sie schon mal gelesen? Ja, ein Artikel. Findest du den Preis okay, oder ist es etwas zu teuer? Ich finde ihn ganz okay. Sollte es mehr werden, oder passt es so? Es sollte eigentlich so bleiben, wie es ist. Also es ist ganz okay. Danke für das Interview. Weil es interessant ist. Findest du, dass es eher mehr werden sollte, oder passt es so, wie es ist? Es passt, wie es ist. Ist der Preis okay, oder zu teuer? Äh, nicht zu teuer. Also es passt. Hast du die Zeitung schon mal gelesen? Nein. Danke für die Zeitung schon mal gelesen. Danke. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank.